Herzlich willkommen in Essen. Ich freue mich sehr, Ihnen die Modelle 2012 aus unserer AIZ-Collection vorstellen zu dürfen. Die neue Konzepte über die Familie und die neue Design für B&W und Mercedes sind wirklich beeindruckend. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein sehr guter Ergebnis für den nächsten Jahr wird. Wir sind sehr positiv über die Jahrzehnte 2012. Es ist besonders mit AIZ, die ein sehr guter Dinge auf dem Markt bringt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020